cool ja so herzlich willkommen hier bei batman arkham knight knight der karmische ritter batman free game im monat september 2019 die ist bloß kam raus und auch da ist da das teil auch noch und ja ist halt 3 und da gucken wir mal ja hat halt 50 g arbeit nur so gehabt deswegen war ein bisschen bisschen lang gedauert für die scheiße runter zu laden batman ja akka knight ja keine ahnung auf jeden Fall kann man mit dem auto rumfahren ich jetzt mal third person einfach mal drücken einfach sich einen drücken einfach mal drücken hier was hier passiert ist doch noch nicht begonnen so alles klar habe ich mich froh dass er runtergeladen hat dann gibt es 27 addons davon habe ich zehn runtergeladen die kostenlos waren wahrscheinlich sind hierbei egal einfach mal drücken jetzt hier wie suchen die inhalten zum unterleiten ja guckt euch das spiel spielen kann war schloch so neue story so extras was weiß ich bekommt ihr abspann ja am besten satt na ja abspann hat ja viel geld und so entwürfe und die ganze kram sind nichts freigeschalten schaukasten was hat wie aktiv ist das ach das sind meine also das sind meine skins die ich runtergeladen hatte aber nur im rennen ja kommenten sich auch sparen können der scheiß eigentlich panzer ja scheiß der hund drauf zum unterleiten brauch ich nicht zu machen webplay kann schon mal schlägen so guck mal die steuerung mal hier an die option der steuerung so weil er gibt auch spiel viel zu machen so gibt es hier aber ducken greifhaken controller konterschlag umhang betäubung rennen ausweichen umsehen zoom schnell explosivvogel schnell bachlar botchlor wegen missions 2 ausrüstung streamstand ep-ausforderung und detektivmonot ins wetmobil ach schon da kommen sie so egal so weil cool wenn man dann die auto rein springen kann und gehe noch mal hier rein auto rein springen kann auch wenn man das personal rumläuft ist auch schule sich umkehr ja vibrationen wie ich immer aus haben der schlitterkant ist gut nur gut dass dann entsteht helligkeit ja ist wahrscheinlich zu dunkel deswegen gleich mal heller machen so komm mal spiel option so ist es egal ja herausforderung was da für ein scheiß ich werde jetzt absolut die punkte zu erziehen aha irgendwelche herausforderungen keine ahnung na guck mal vielleicht mal gleich beim besten als erstens sieht man schon was das spiel kann als erst das bevor man die haupt story macht sonst ja am besten zuerst das guck mal was der batman ich gleich ab mein batman ab mein bett gehe ich gleich mal näher so wenn ich ihnen schneller geht gut guck mal einfach mal so wie es aussieht die steuerung der ist echt so langsam wie im film auto noch ein zeit loop auf die gegner drauf naja gut ich kann hier ein trippel uncut kick des tolles tolles kick doch nicht bei mir ist seine hand auszeichnen rumfliegen durch steuern muss erst mal alle hatte mir mal schachtte der mache ich mache mit dem naja gut da muss man ja die erste level machen für tutorial ich wollte nur wissen wie das aussieht wo ist mein batman wie wenn ich die alle eins drückt schmeißt einen auf den kopf schmeißt er schmeißt er den dinger naja und wie man sagt der ist treiber der hammer gut okay gut gucken wir mal hier ist doch im moos ist ja klar so genug hier so ich wollte nur wissen ob man der erste person da rumläuft oder ob man wie in einem anderen teil war nur so ein geschichten modus tell said story oder wie die scheiße heißt so machen wir jetzt hier mal richtige story so erst mal video so 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 da so so hy Ich bin so tief in mein Herz, dass du wirklich ein Teil meiner Meinung bist. Ich habe dich unter meinem Haut. Ich habe dich unter dem Kopf. 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 muss mir tausend knöpfe drücken mit der scheiß die weitergeht meine fresse näher hätten sich ja sparen können schon mal jetzt schon mal enttäuscht von scheiß da muss man hier im video schon drücken hat wo nichts angezeigt wird immer positiv denken wird man ist gut hoffentlich heute noch muss man eine video-sequenz der knöpfe drücken und die fackeln anzumachen ist langsauber brauchen sie keine video-sequenz zu machen schwarzen gar den klopf selbst gedrückt und den mistkerl verbrannt und dann warteten die gotham rüstete sich für den unvermeidlichen machtkampf doch er kam nicht die kriminalität ließ sogar nach aber ich wusste dass ein krieg bevorste ich wartete nur darauf dass jemand den abzug drücken ah ja so jetzt entspägt man hoffentlich auch mal so wie sein soll gleich mit dem auto rumfahren und verbrecher jagen eben dass da war kein scheiß mit der sequenz nur ja aber verstehe ich mich nicht der bauscheiße ich mich ruf ich mich immer noch darüber auf immer noch wahrscheinlich bis zum ende des videos krieg ich mich immer rüber misst auf grad dass man da immer drücken müsste ich jetzt noch eine halbe stunde noch dazu dass man weiterkommt na gut genau geben wir mal einen kaffee äh wodka nicht mit kaffee ab so missing henry adams ok tschüss ich hätte gerne das spielen kann und dann kostenlos und zwar jetzt aber hier war das spiel auch 22 gb funktionsbereit 52 hat komplett 10 hätte uns kann ich kostenlos holen von 27 ja es wird büßen person büßen zert person action spiel kann auto kam auto umfahren und so brecher jagen und hier scheiß idioten zu labern dazu kann man vorspulen gucken fortfahren foto spiel foto muss ok das cool foto muss ist immer cool aber ich habe erst nichts bringen während der sequenz kann schließlich mal starten ist aber ego perspektive sogar jetzt aber man kann uns selbst person eigentlich bei jedem hoch so hat mal gesehen muss ich jetzt überhaupt machen scheiße hier muss man manchmal diese kack dinge machen am besten werde ich hier fliehen aber komm mal so genau ich will raus kann proben ja da ich raus heil ich will mit kein reden ich will einfach nur hier dass hier weiter geht und das hier verbrecher jagt und äh und äh wie der beste spruch von dem ähm wie im ersten teil von dem film batman beginnst da sagte eine typ zu dem ähm da hier muss mich retten ich muss ich auch nicht retten und sagt abende selbstmord geflogen wurde dann mit dem mit dem zug da tausend meter in die tiefe jagd rast ja ich muss dich nicht töten als muss schon retten gut was hier für clowns sei für eine lsd treppe ja wie im ersten teil da da kommen die vogel da wo alle unter drogen gesetzt hat man sieht man da ihr vogelscheuschen rumfliegen hat alles was raus jetzt spaß gibt es mir jetzt egal wie sie im schulter spaß gibt als ob batman da von seiner fixe guter weggemacht wird aufgepasst hat ja was muss das so passieren aber halt gott sei dank weil das ego schuss er von butch gar nicht sei welt cool war rett man selbst person da rum kann um ein auto umfahren und ego-perspektive weiß nichts nur von tausend sequenzen aber ich kann sie überspringen auch gott sei dank scheiße sequenzen da nerven hier auf den straßen befinden sich nur noch leute die das chaos ein pinguin ne schrott abschauen ja fast weil du fein ach ja das sind nazis menschen um sie zu stoppen ja der joker aber wann hat er eben grad zombies oder was klar aber batman kommt kein zombies das werde noch der wäre noch langsamer als die zombies so langsam wie die eben warum man gesehen hat ist aber auf jeden Fall ein top titel ist bei playstation hits halt dabei muss ja schon was heißen ja batman wird gesucht gerufen werden noch erfunden erfunden ja kommt noch glaube ich und zwar hoffentlich ein bisschen schneller als eben eben die langsamen quarktaschen da war es gerade die sequenzen und hier ist jetzt spiel grafik so wollte doch sehen genauso so ab jetzt gefällt mir auch so wie das aussieht na gut es ist ja handeln uns doch schnell gleich so bereucht wir erst mal schön die aussicht genießen cool so am besten so so ist doch cool so ne also hier gibt kein planeten okay alles klar so ja jetzt runter springen und gleiten bloß wohin ja ach scheiße egal wohin war war dann gerade soll es der ganze runter gehen äh was dann wird scheiße so kann man gleiten cool langsam schneller stürzflug ja fliegen konnte ja noch nie greifhaken ich werde greifhaken an der an dem helikopter als arschloch der gebastert hat er steuerung ist bisschen komisch noch wie sag ich auch erst mal egal ich fließe einfach mal runter ich weiß kann doch steuerung naja sonst rennt er hier so langsam hier um ok 500 meter naja war ein bisschen aber ich hatte den wiederhaken so cool ich werde mal schnell und ich springen kann er gar nicht springen kann er echt nicht höchstens so zwei mal geht mal greifhaken naja cool ich kann das hat quasi im one piece konzert auch alle raffi rechner spaß gibt hier was spaß gibt was ja das sind keine zivilisten sei feine eier als klar wird ja erstmal vermöbelt danach glaub ich mir auch nicht das auto bettmobil oder was am betten was mit hier ja steckst du mich fest ja guck mal das ist schon mal ein bisschen an das ist das rausch ja muss bedenken wenn er dabei ps plus rauskommt also normal schon so viele dlc ist und alles dieser weisen dass die fehler ausgebild werden naja gut komm ich will mal das so schlafe einfach tot an der batman töte ja keiner die rettet nur welche und wenn sie töten will dann sagt er einfach ich muss nicht töten äh ich brauchst nicht töten aber ich muss dich auch nicht retten so alles klar so kannst du das auto klauen wie in gta wäre schön er kann nur diese drohnen machen in die scheibe wie das erste mal keine ahnung holster hoch eigentlich nicht gut da gibt es immer so bestimmte punkte okay ja im visierischen mond an dann wäre ich ganz oben da kann ich runterfliegen da funktioniert leider da ist 200 meter jetzt kann man auch mal zielen und zweit weg da da geht ja oder kompatsch bestünde der da kommt einfach über e1 egal einfach nach vorne wir sind ja hin ab nach vorne sollst du ja gut hier oben auf der brücke kommt wohl auto wohl nicht so einmal weiter das ist hier packt bis zum ziel und ich sprich jetzt in den ersten sequenzschrank jetzt machen alles klar tschüss entschuldige ich muss los sei vorsichtig barbara ich muss weg wie läuft die evakuierung polizist cool team batman beginnt ich hoffe da hat mit der serie nichts zu tun wir verfolgen ein unbekanntes militärfahrzeug dass die stimme nicht original ist es war unsere einzige spur heute nacht ist uns aber entwischt wegen der evakuierung komm weg wir haben keine zeit für sequenz naja so jetzt kann man wahrscheinlich mit dem auto fahren das ist ganz in ordnung es läuft charakter biografie ansehen ja ganz mal so jetzt muss man den kompass wieder drehen da bei der grüne 500 meter wieder langsam fliegen stolz du es egal was in der e1 also kann man während dem flug noch während dem flug kann man noch hacken machen und mal weiter fliegen cool macht man nur hacken am besten nur weiter nach vorne egal cool da kommen auch keine stören friege die stadt gehört euch nicht mehr was sind da hier ist mein auto naja was ist das hier sind fixer sind da es ist sonst nix mein auto äh arschgelegt fixer sind da hier kriegt direkt mal hier sonst einen haken mit dem kopf welch mit was kriegt alles hier mit dem kopf ist mir egal wie war die ersten batman teile kunkn zack und unde mal legt die zu pangste holle peng pa pa schlagst du äh schon mehr schlagst du brei oder du mischst nur jahre alle drei auf einmal zusammengewichst und schäst 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 Und ein super Kick in die Eier, was auch immer. So, komm mal. Erfahrungspunkte ist noch mal. So, kann man hier sonst drücken. Start. Foto muss, wie es müsste das gehen. Na, zusammensuchen, hier aussuchen, weiter weg. Das kann man 3D auch genießen. Eine Frau kann man auch voll auf die Titten machen, aber egal. Helligkeit ist weiter, ganze Kram einstellen, Fotos machen. Egal, brauchen wir nicht. So, wie war's hier? Outrufen. War doch mal so. Ja, mal noch nicht. Na gut, egal. Dann, Herr Speller. Was ist denn da? Ich war doch eben richtig... Äh, boah, von mir, ey. Dann fliegt noch mal runter, ey. Die scheiß Statue. Aber sonst, hier, langsam, der rumkrüppelt. Was willst du denn von mir? Ach, ich hab' ich den Wichser rett. Ich muss schon töten, aber... Ich muss schon nicht retten, aber den muss ich retten. Scheiße. So, hoffentlich kriegt man gleich so ein Bettmobil, und dann ist das vielleicht sogar, wäre cool, wenn Open World wäre. Wie gesagt, ich kenn das nicht. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Ich weiß nur, dass man das Auto auch hat. Was machst du denn? Die Chancen ausgleichen. Oh, es ist doch die selbe Stimme. Keine... Ahnung. Der ist immer... Klein Ninja. Cooles super Auto des Lebens. Der ist immer... Äh, der Fledermoz. Feinde, Feinde. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Cool. Na ja. Ich hab' wahrscheinlich später hier, ähm, noch andere... Missionen, Nebensmissionen, äh, Trophäe gekriegt. Ist noch mal. Richtig, ich will selbst finden. Ist noch mal. Trophäen hat hier hoch, ist ja klar. So. Beschleunigung. Nö, ich lass doch da erstmal. So. Gibt da noch andere... Autos. Ja, ich hab' ein anderes Backmobil gesehen im Video. Entschuldigung. So, er fährt ja schon. Los. Ich werd' mir nicht fahren. Golf Oscar 56. Hier ist Kommisch begonnen. Die Verfolgung wird ab. Na, ich wollte erstmal gucken, ob man was sonst machen kann. Karte. Na, ich hab' gesagt, Open World. Okay. Ähm. Zensrieren. Viel Filter. Hier ist mal. Der ist runter oder hoch. Da muss man hin. Und, ähm. Ja. Wäre trotzdem ziemlich kleine Karte. Naja. Lob den Tag nicht vor dem Abend oder was. Ja. Kann natürlich alles größer werden. Und auch andere Karte. 3D. Hier kann man viel mengen. Achso. Da kommt man auch hier. Aber jetzt kommt man hier noch drücken. R1. Bad Computer. Weiß nicht was. Dafür Arschlöcher. Wie ansehen. Wichtiger Name. Wat Arschloch. Alfred Pennywurst. Achso. Wir haben hier soweit alles gesehen. Erstmal. Wie soll ich da anfangen? Fahren wir mal. Achso. Kann man fahren. Bremsen rückwärts. Power rutschen. Okay. Bremsen rutschen als in einem. Wie? Bleib dran. Achso. Ich muss einen verfolgen. Keine Ahnung. Bleib dran. Jetzt sieht es noch cooler aus. Wohl ein bisschen verschwommen. Okay. Gut. Das Spiel ist auch schon. Verrechnet seit 2015 oder 2016 gab es das Spiel. Wir haben 2019 jetzt. Glaub schon seitdem schon 2, 3 andere Batman Teile. Glaub ich. Ja. 1, 2 auf jeden Fall. Ja. Nitro wäre nicht schlecht. Ja. Ist mir egal. Was soll ich machen? Bleib dran. Ich sehe hier bei der verschwommenen Grafik hier nichts. Soll ich noch machen ey. Fernseher sauber putzen halt. Sieh schon mit mir. Aber cool wenn man ein paar Menschen überfahren könnte aber darf man wahrscheinlich nicht. Komm schon drück drauf. Als der Schwarze Ritter. Schall. Bleib an ihn dran. Komm schon. Ja ja. Ich kann nicht sehen dass einer vor mir ist. Ich kann schon mit einer an so langsam wie der Auto da fährt. Der schlisch. Fährt saulangsam ey. Bleib dran. Bleib dran. Fein läuft schreckt. Schade. Fein schreckt. Weiß noch mal. Cool. Ich fahr schon. Bleib dran. Wo sind wir Feine? Ich will jetzt die Milisten töten. Hm. Sie entkommen uns. Ich wäre das schlechteste Batman Held. Weil ich schon Menschen töte. Ist mir egal. Was ja. Bleib an ihn dran. Komm schon. Ja. Gar nicht gewusst dass einer Vorsprung hatte. Wenn wie eben der Rutschland gar nicht mehr ein ey. Das ist mir nicht. Ja ja. Packt keiner. Da geht unendlich. Ich geb Gas. Ich bring gar nichts. Bleib an ihn dran. Komm schon. Ihr gebt kein Gas. Nichts. Wird langsamer. Wird langsamer. Wenn wir ähm. Hier ähm. Gas geht wird ein langsamer. Und jetzt kein Vollgas da. Läuflich. Dran bleiben. Langsamer mit dem Bettgurkel da. Kann schon stehen bleiben. Bringt eh nix. Bleib dran. Ja ja. Ist mir egal. Aber ja. Kann überhaupt mehr auf das Scheiß da. Sie entkommen uns. Was. Hier. Ich geb die ganze Zeit Gas. Man wird nicht schneller. Pass auf. Komm schon. Drück drauf. Bleib dran. Fall lang. Also hoffentlich. Als später so das die Open World ist. Aber hier auf so Verfolgungsjagden. So eine Scheiß hab ich keine Lust. Wenn ja eben jetzt schon da steige. Bleib mit dem Auto hatte, deswegen hat das Auto jetzt voll sprungen wie Sau. Ist es wahrscheinlich schon lange eingeholt. Bleib dran. Wo ist es ja extra so, ich weiß nicht. Über hier so Arschläusche. Om leg. Bewusste Ziele. Und jetzt? Ist mir egal. Marsch, weiter komm mal. Dem Scheißer. Ne, jetzt ist das Ding arschisch hier. So Verfolgungsthaken. Entweder man packt sie von Anfang an. Oder der Gegner ist schon zu weit weg. Oder was wie rummer. Ich sehe auch nichts hier. Scheiß Regen da. Ist alles direkt verschwommen. Kann man jetzt mal hier was drücken oder irgendwas machen? Lahmlegen. Ist mir wahr. Dann kann man halt schießen. Oh ja, gut, okay. Über Müll auf den Straßen, über Menschen. Ah, die Menschen sind Müll. Ist mir egal. Über Menschen, Müll auf den Straßen ist dasselbe. So, jetzt kannst du mal hier schießen. Bin nicht getroffen. Sollt ihr ein Zehmer machen. Ist mir wahr. Ob nicht schuld der Spubus. Ich muss den Fahrer auswählen. Und jetzt gibt hier Träscher oder was. Hoffentlich wäre ich, äh, ich, äh, so datenverhöhren, äh, Schlagsturz. Träges Arschloch. Ja, geil. Ha. Ring rum. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle. Wo ist Scarecrow? Weißt du das? Ich bin Batman. Antworten. Weißt du das? Ich habe nichts zu sagen, Batman. Rede. Oder ich will mir alle Knochen brechen. Okay, okay. Ha. Du, alle Knochen brechen. Na hier. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, brech ich dir den anderen. Ah, der ist nochmal der Anti-Held. So, naja gut, dann kann man sich wahrscheinlich später noch aufleveln und, was will ich nicht. Ich habe nicht gesehen, man kriegt Erfahrungspunkte und sowas. Wird man stärker, kriegt man eine Rüstung oder so ein Kram. Da passiert alles noch. Ah, cool, wegen Open World. Also naja, kann man hoffentlich andere Sachen noch machen, als wie nur hier die Wegstellen hier machen. Es gibt noch andere Bettmobile, hoffentlich der fliegende Teil und noch. Höp. Ah, cool, rein. Ne, steh raus. Ah, cool. Rein, raus. Ja, guckst du, holen jetzt. Komm mal rin. Komm mal raus. Raus. Na, guckst du, rein. So. Wum, cool. Und ich kann mir jetzt mal richtig fahren. Ah, hier, die Scheiße, ich will woanders hinfahren. Glückwärts fahren. Ich fahre woanders hin. Ah, dann wird es trotzdem einen anderen Weg eingeleitet. Egal. Ich fahr jetzt mal hier durch. Weil es trotzdem zu schnell ist, das Auto nicht, äh, fährt, äh. Ich hab doch beim Mofa früher noch schneller, ey. Falsche Richtung. Mann, 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 Mann. Ah, wohin? Ja, das war schon nicht so was. Meine Fresse, ne, wunden. Steuern, man wird es für den Arsch mit dem Viereck. Zurückfahren, bremsen. Da will ich nicht aussteigen, was denn dann? die scheiße jetzt wird dir angezeigt kurz kurz lang abgut dass man so fahrt kann wo ich im kreis die ganze zeit nur um fahr ja dann steig aus meine fressen jetzt muss man nach oben oder so was wahrscheinlich als andere hat doch keinen sinn da hat die metazahlen alles hier anzeigt ich bin gerade ein ente hacken arschloch so richtig sein jetzt wo sind da grüne 430 meter war der mensch jetzt was war da er zwei und zerschmettern so und jetzt sie alle verprügeln als schlacki in tod was heißt steck kein tod da haut sich nur bewusstlos spiel spezialtacke meine spezialtacken ja das batman ruhe am batman geht er gleich am bett geht er gleich man geht gar nicht die superfunktion da lächel ich keine ahnung haulen wichser platz so mit der letzten attacke immer wenn gegner das sind da kommt so eine spezielle sequenz hat man jetzt gesehen kann man auch von anderen spielen was hier für ein scheiß ich gucke erstmal zu komm töt die noten alles gut da muss ich dich leider enttäuschen sie dir die kammer ich will dass du die angst zu spüren bekommst ich krieg gleich die angst zu spüren wenn sie in schneller form geht er so vorgespult cool track sequenzen da ich will den busen decken sonst gar nichts hat ihn slip aus dreck an okay alles klar dann brennt jede pflanze in gotham dann brennt jede pflanze in gotham so musste reden welches treffen welches treffen ich gehe gleich mit batman schissert gleich mein bett man dann brauchen wir noch ja genau los dass du das hier angeheißert was hier als ego perspektive aber das ist ich will jetzt mal an alles hier viel spaß gibt gut ah cool jetzt haben wir mal ein anderes auto das ist das wovor ihr alle angst hattet jones machen drücken dann musst du unten den scheiß machen ok ah jetzt haben wir ein anderes auto oder ist dasselbe keine ahnung 60 mm geschäfts einsatzbereit ah ja so ein panzer ah nun wir haben noch ein panzer geholt aufstandsverkämpfung aktiviert ja komm du kannst doch eine sequenz töten ja ja gott zu sagen cool 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 kampfmodus ah cool er verwandert die stadt und dann ist man aber langsamer wie so eine schnecke tja tja ah können wir noch schießen holz nur aus einem rohr also nicht kann man die stadt endlich kaputt machen schuttenaschen liegen wie ich als badminton machen würde oder nazis aber wissen wir sind Freunde keine ahnung 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 die Freunde sind Feinde sieh nicht aber mit x kann man noch schießen R1 Maschinengewehr und R2 ist halt Panzerfaust ja ja ist ein guter so kaputt nächst wixer muss in reichweite der fernsteuerung bleiben ojo lächelig früher bei seinen technik aber besser ja was hier mit dem wixer nur noch arscher schau was viel noch gib mal was vorn noch was früher war es mal besser früher war es mal cool batman komm mach die wixer platzei vielleicht lichter da so wohl gepackt müssen näher der 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 warte fernstehen bleiben echt licht so wohin jetzt ja keine ahnung wo ich rumfahre johle aber cool oder langsam jetzt du ne du nein mich ich nur mal aber dur doch steuerung naja muss mich echt an gewöhnen die schmierlos aber ich schloss wie im motorrad mehr als meister der untertreibung wie immer umgefangen die ich muss wissen woher diese panzer kommen hat eine mürmer schrauber bewegen sich ins stadtinnere und tschüss und acht meter auch ab elastin bettmobil hier raus durch schreien es hat ist ein arschloch bei md schon ist cool es macht sich doch sinn hier waffenmodus ausgesprungen also jedoch ihr transformer wie sie es von vorne aus cool acht meter gestehen bleiben ist gut ich bleibe stehen bleibt doch stehen halt rausloh das training abgeschlossen gut und jetzt wie unvollständig was denn hier schmier von scheiß feste die wahre macht das bettmobil zerstörer gegner ohne selbst getroffen zu werden da ach so ein schwarzen da kommen wir ab er also jetzt muss ich noch schließen drücken hört herausforderungen starten ist mir scheißegal weg ich spiele kampagnen spielen keine tutorial sind so ein schüt so im bettmobil erfasst zum glück zeigt er noch richtigen weg an aber echt wie mufa so langsam mal schreckst du immer l2 hier waffenmodus mit mit bremse ist uns viele autorennspiele gespielt hat wo stehen zu viel gespielt habe trotzdem wo muss man der scheiß machen mal was meine fressen stufe 1 ziel zerstören um die waffenenergie aufzuladen und das raketensperrfeuer zu aktivieren mal wirst du wo sind die gegner überall stufe 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 Oh ja, muss man treffen, wenn hier. Mach's nur mit Scheiß. Ah. Oh na. Wahrscheinlich, wenn man getroffen wird, dann geht die Energie wieder zurück. Mach die Sperrfeuerstufe 2 bereit. So, über die Vierecke. Diagnose abgeschlossen. Ob nicht wartet, ist mir nicht zu tun hier. Das Spiel ist hasch wie Pest. Geußer Dank. Ne, vollfahren. So. Cool. Verbesserungspunkte, ah ja, cool. Ich habe das GCP-D gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Fahrzeug verfolgen. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. Es ist fort. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird an. Es ist mir egal. So, was gibt hier Verbesserungen? Ich muss halt mal gucken. Charakterbiografien. Geschichten. Das ist Gotham. Interessier mich nicht. Werge in der Bildschirm. Schnell, Supersturm. Gotham, so schnell, was steht hier. Ah, Verbesserung. Einen Punkt habe ich. Ähm, pfj. Da kann man holen. Am besten das erste. Kampf. Oje. Na gut. Im Kick des Todes. Na, kann man mit Kreisort machen. Jo. Was hat's? Ja, ist mir scheißig Arbeit. So, Punkte geholt. Gute Hauptmission. Alle Karte. Obwohl, hier, doch wird immer mehr. Alle Karte. Einiges. Eben dann gesehen. Ist doch schon viel hier. Verschiedene Wege. Verschiedene Inseln. Sieht zwar jetzt nicht so groß aus, aber dann hier, wenn man da rumfährt, sind nur noch kleine Häuser dazwischen und so weiter. Das sieht man gar nicht. Ich bin ja jetzt hier. Deswegen, das sieht man sonst gar nicht. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen. Hier, haben wir gar keinen Überblick. Man kann nicht überall hin. Wir müssen in dem Auto fahren. Ich kann es auch hier hoch. Aber wo ist mein Auto? Wir müssen eine neue Straße befinden. Also. Dann komm. Boah. So, jetzt müsst ihr noch wieder hier in den Auto hinkommen. Mist, komm. Das war der falsche Knopf. Badmobil war da. Ja, ist klar. Dann kommt halt überall. Angst, du musst mal wahrscheinlich viel gegen den Gegenstand zu haben. Müssen wir auch da in der Stadt rumfliegen. Äh. Rumlaufen zu Fuß. Dann später das Badmobil holen oder so. Oh, lecker. Ich mach' den Baumblatt, ey. So. Badmobil braucht kein TOS-2. Tschüss. Er ist Arschloch, so. Tschüss. So. Ah ja. So, schnell rausgehüpft. Was sagst du mir für ein Arschloch? Ach, normalen Menschen. Ach, ne, wirklich nicht. Ich hab' keine Zivilisten. Das sind alles immer Feinde, ey. Die werden mir unterstützen. Ich hab' keine Zivilisten. Also, niemals. Tja. Guck mal, toll geschlagen. Ne, glaub' ich nicht. Der machte, er ist ein Anti-Held-Nederheit. So. Na ja, gut. Gut. Ähm, genug hier, Batman. So, ich kann mal sagen, so cool wie ihr Daumen hoch. Steuerung ein bisschen merkwürdig. Aber sonst hat einiges zu bieten, einiges zu machen. Mir gefällt. Deswegen. Ah ja, wenn es euch gefallen hat, bitte meinen Kanal liken und abonnieren. Wenn ihr mögt, wenn ihr magt. Mögt, magt, magt, macht mit, magt, magt. Und, ähm, ja, es war mit Batman. Arkham Knight. So. Ah ja. Cool. Na ja, echt cool Spiele, doch zu einem Hoch. Deswegen. Ja. Und dann sag ich schon mal, jetzt zur Verabschiedung. Macht euch noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen und Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Da war der Regen.